Leute, es ist wieder soweit. Gleicher Ort, gleiche Liga und jetzt müssen wir wieder gucken wie wir hinkommen. Ihr kennt das Spiel. Jetzt ist hier Stau wie Sau. Ist doch scheiße. Wenn das hier geregnet hat, dann ist das vielleicht rutschig. Das macht keinen Spaß mehr. Ich schmiegel mir hier keine Böcke mehr auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ein Stück mit der Bahn. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Doch, habe ich auch schon erlebt. Viel erlebt auch schon. Viel Gutes, aber auch sehr gute Sachen. Männer, ich habe es geschafft. Ich bin im Grauen angekommen, wie man hier sehen kann. Der Taxifahrer ist ganz schön langsam gefahren. Jetzt spielt hier Casetza FC. Schon wieder gegen Rayon. Rayon ist die gleichen wie letztes Mal. Jetzt werde ich hier schon fünf Ferien gehalten, wahrscheinlich. Sonst ist es relativ langweilig. Es kam mir vor wie nahe Ewigkeit. Ihr könnt froh sein, dass wir nicht hier waren. Eins, eins. Das kann man auch sagen. Ja, es gibt eine Fahne. T1 isn't a dream. Wahrscheinlich müssen die zu Musterungen. Einer hat gesagt in den Kommentaren letztes Mal Modetipps. Mode wird bei mir auch groß geschrieben. Allerdings lege ich da keinen Wert drauf. Wichtig ist, dass man überhaupt was anhat. Ja, wurde noch gesagt, das Video ist gut, aber das Bier fehlt. Hier ist das Bier. Du